TNSWITCHER Bekommen! Boah! Ich lass dir jetzt alle da für mein erstes Baum ist. Erstes Baum ist Erste Baum ist Erste Baum ist Wo kriegen wir überhaupt ein VMS? Lass mal ein VMS Baum gehen Lass doch jetzt mal ein Level Junge, wie lange brauchen wir für eine Waffe? Ich bin schon Level 18 Ich hoffe Du bist gleich down Ja aber Na ja, pull die alle zu mir Haha, lieber nicht Die sind zu schlafen Warte, ich könnte mal dunkler Schutz Abmachen, ne? Der bringt mir Schadenresistenz 1% Einverteidigung Imber, ne? 19 Ey, ich hab Ey, ich hab eine Schriftbrille des Drachen Ich hab auch eine davon Ich brauch Schmiedehandbuch Schmiedehandbuch, ja Wollen wir in OTM gehen? Du bist so schlau Wir packen die hier nicht, ne? Und er sagt, wollen wir in OTM gehen War Spaß Wir brauchen erstmal VMS Wir müssen hier erstmal fallen Bis wir eine Formel S bekommen Wir kriegen hier keine Formel S Doch bei diesen Bei den Bogenschützen kriegen wir den Bei den weh? Bei den brutalen Bogen Ja, das mal suchen gehen Machen wir mit Mit 30 Ist doch doof Doch mit 30 ist dann besser Wenn man ein kleineres Level ist Dann kann man besser fahren Ja, dann würde ich ja mit Level 1 Überhaupt können Ja, Mann Eine auf den, Alter Du machst den 0 Damage Du hast eine Belohnung erhalten EXPERIEN Ja, aber, lass mal anziehen Nein, nein Hast du eingesetzt? Nein Du? Lass den Lass den OTM oder so einsetzen So ein bisschen Ich lese Ich lese schon die Sprachen, Bro Die Sprachen? Ja, die Alter, hier gibt's ja auch Sprachen Alter Hier gibt's ja auch Sprachen Alter Irgendwie Level sind die überhaupt nicht gut In der normalen PSO Welchen Level bist du auf Level 100? Ist auch ein Oldschool-Server Ich brauche nur bessere Waffe Wir brauchen dann noch 79 Level Dann haben wir maximal Level Wie viel brauche ich noch? 79 Level Welches Level bist du? 20 Jo Geil, so 79 Level Ja Wie aus soll ich damit? Du, Krieger Helm Plus 1 Krieger Plus 3, lass dich fallen Spinnert Was? Krieger Plus 3 Krieger Plus 4 Wie war das? Was ist das denn tun? Schenk mir Ey Das meine ich ernst Mosche Muschi 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 Was geht? Schon lang nicht mehr gesehen Ich troppe immer alles, Alter Egal, ich schlumm, ich bin hier durch Boah! Ember Menschhut Menschhut Oder Mensch Ey, ich hab... Hast du schon einen M-Skill? Ne, jetzt noch einmal Level up Und dann hab ich meinen ersten M-Skill Ey, 18 Auf wann kommt denn ein M-Skill? Ab 17 Ab 17 Warum hast du auf 18 geskillt? Fuck Ja, ich hab das nicht hinbekommen Ja, dann gehst du in Map 1 und holst die ähm Fertigkeiten zurücksetzen Sonst scalehst du nochmal und dann hast du M1 Warum... Warum soll ich nochmal zu Map 1 gehen? Vielleicht über Map 2 auch? Dann war das gleiche Ja, ist doch scheißegal Irgendwo gibts den Bist ihr sicher? Mhm Also nicht mehr drauf scale, ne? Ne Du hast schon einmal zu viel gemalt, aber egal Mondi Hä, ich krieg immer davon Steine entfernt Dings Also Gesteinschriftrolle Ich hab jetzt zweimal Schriftrolle des Drachens Ich hab einmal Jetzt hab ich einmal Schmiedehandbuch Aber ich hab irgendwie mit Sigi mehr Glück Wieso, da ist es Weiß nicht Zeinschriftrolle, du machst drauf und funzt Äh... Der Zauberte Klinge ist auf 17 Was? Der Zauberte Klinge ist auf 17 Bist du erst jetzt Level Up bekommen? Ich bin jetzt 22 Ich hab irgendwann oder irgendwie mehr XP bekommen als du Hast du 3,63%? Nein, ich hab schon 17 Prozent? Ja Lol Egal Egal Sag doch, ob ich meine Nummer Passt schon Passt schon Scheiße Abkappen Ich hab noch einen Erfahrungsring bekommen Was? Ja Von wo? Von diesen Truhen Ich krieg dich Ich hab dafür 40 Switcher Ich hab dafür 10 Aber dafür hab ich einen Erfahrungsring bekommen Ich hecke dich heute, ich nehm den weg Ja, wieso nicht? Ich banne dich Wir können die Ohrringe nehmen Wir nehmen immer noch auf, ne? Ja Ja Wieso nicht? Hast du etwa Angst? Komm ich mach meinen Hack an Nein Ich bin schüchtern Spaß Oh man Was für ein Lappen Mann, ich mach nur so wenig Damage, ne? Ich mach dafür mehr Mann, du kriegst die gar nicht download nämlich Ja, ist so! Patz! Patz, 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 patz Ich brauch grüne Tränke Willst du mir mal? Ich holz mir mal Komm ich mir Nein Du machst dich selber alle download Ich hasse Sora Darf ich wieder einen neuen Charakter machen? Ja, beide wieder einen neuen Charakter machen, ne? Ah Ich hab Umhänge bekommen, 20 Stück im Bar Ich bekomme mal die ganze Zeit Segenkugel 4 Stück Mein Buch, mein Buch Du Klon Den Ding war erfolgreich Achja, ich weiß, warum du Dings verloren hast Warum du EXP verloren hast Du hast ja dieses Buch gelesen Ah ja Das kostet ja auch EXP Wie viel EXP, äh, Prozent hast du jetzt? 26,20 Boah, ich hab 40 Ich bin noch einmal gestorben Aprikosenglocke Alter, jetzt habe ich schon 3 Verzauberungen Also 2x Switcher 3x Switcher 3x Switcher 3x Switcher 3x Switcher 3x Switcher Nein, ich sterbe Hilf mir, hilf mir, hilf mir, oh mein Gott 3x Switcher Immer auf der Pool-Taste Immer auf der Pott-Taste Ich brauche gar nicht Pott 2x Switcher 3x Switcher 3x Switcher Ja, du hast auch den Verzauberkter King Ja, die bringt ja auch was, ne Die bringt Angriffswert 79,7 und Lebensdieb Ja Ich glaube 3% Schaden Ja, guck Ja, und? Ich hab Monsterpost 3 bekommen Ey lass mal jetzt... Junge gib mal! Weil es aber so viel wert ist. Stell dir vor! Aber ich glaube Krieger plus 4 ist richtig viel wert. Weil ich hab Ninja plus Dings 4 gesehen, der war schon richtig viel wert. Krieger plus 4 dann ist der ja mehr wert. Ja ist so. Müsste eigentlich sein. Rein theoretisch. 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 Ja erotisch. Ey lass mal Buch des Juras kaufen, komm. Buch des Juras. Buch des Juras. Ich denke 2 Leute. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ja fegst mich. Ich bin schneller. Ich hab Schild ausgezogen. Wen interessiert's? Guck mal ich bin schneller als du. Ey gar nicht. LOL. Mh hhh 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 hhh. Stell vor da gibt's nur Getränke. Getränke. Guck ich guck mal im Waffenshop. Vielleicht gibt's da ja schon V-Mech. Ja hast auch recht. Guck mal Rüstungshandel. Nee, nee, ist genau so wie bei der Ebershop Jetzt ehrlich? Bambuschwert Silberschwert Aber plus 8, ne? Dies hat mehr Anrisswerte als ich Bambuschwert, als wir haben, lass mal kaufen Du, gleich, ich hole Silberschwert, weil ich brauch nur einen Level dafür Fugt Egal Haten Der 18er ist wie groß Ich bin immer Ich kaufte mir hoch lassen Aber ich hab umsonst 1,5 KTB geswitcht So ein Schlau, ne? Ich bin schon, ne? Digga, weil wir freimachen und das ist ein Kunstiger hier film Nö, lustiger Toa, ich hab 2 KTB umsonst gemacht hier Ah, hier gibt's grüne Tränke Hier gibt's grüne Tränke Wechsel mit Kabel und kaufen Ja, kauf doch, du bist doch der Führer Hier gibt's keinen Buch des Führers Ich will der Führer sein Fähigkeit Neuteilung 1 KKK Alter Was? Ja Ich kann Neuteilung Gib mal 100k 100k? Wofür? Ja Für deinen Sohn Für was? Für verzauberte Klinge Hast du Buch des Führers gebraucht? Warte mal, ne gibt's nicht Warte mal, ne gibt's nicht Warte ich mal, ich geh zur alten Frau Ah, man kann Fertigkeiten zurück Äh, du lustiger, dann musst du in Map 1 gehen Ja egal, hier gibt's doch ein Warbling Gar nicht Na klar Toll du Hund, jetzt hab ich 1k lang da ausgeliehen Hehehe Was? Nur meine Standespunkte sind weg Hehehe, noob Hehehe Umsonst 100k aufgeliehen Hehehe 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 Doch, nur meine Standespunkte sind weg Hehehe 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 Wie lange geht der Part schon? Was für ein Part, Alter Will ich immer die ganze Zeit durch auf? Was? Du willst eine Stunde lang oder so aufnehmen? Jaaa Und dann schneide ich in Hälften Achso, da wo mein Mikrofon dann spinnt Dann schneidest du was weg NEIN Ich schneide immer genau 15 Minuten Da mach ich einen Schnitt Dann lösche ich das andere Ne? Guck mal hier hab ich den totalen Besner Besner Totalen Besner Ich mach mehr Damage als du Was der? Alter Sterbe genommen Jetzt nen grünen Trank, geil Guck mal, grünen Trank Nö Ey, du Vollz Guck mal, grünen Trank Boah, guck mal, wie viel Damage ich jetzt mache 100k Hehehe Voll viel Das reicht aber, ne? Reicht doch Ha, 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 ha Boah, du bist gewundert Voll der Geiziger, Alter Was ist das? Was ist das? Was ist das? Als ob ich die 20 Stück oder so gehe, ne? Ja, ne? Wo ist jetzt hier diese Bürgenschützen? Nein, eigentlich immer hier Oder auch der Anfang Ah, da ist der, da ist der, da ist der Er sagt meine, meine, meine Nein, das ist meiner Ich trupp das vor mir Nein Ey, geh mal bitte nicht Guck mal, ich nehm auf Ha, ha, ha Okay, ich hab nur angeschlossen Lalalalalala Fick dich Lalalalalala Der ist schöner und der, und der ist schöner auf mich also, ne? Ja, aber Und du killst ihn Lalalala Da muss wissen, wer der Führer ist Bei mir heißt es, ne, bei dir heißt es Hishi, etwas Es muss mit, bei mir heißt es Hishi, ihr gedrängt zu dritt Kennst du was heißt, was meine? Ha, ha, kein Formes, ha, ha Ey, weißt du was ich meine? Ja, hier hab ich schon gecheckt Du weißt ja, ich ist die gleich meine Ja, klar Ey, ich hab die, äh, die Ohren